Ich bin Malte Rose, 34 Jahre alt, komme aus Bremen. Ich arbeite derzeit bei Inksane Tattoo in Brinkum, bin relativ viel als Gast unterwegs, zum Beispiel bei Tattoo Kunstwerk in Solingen. Tätowiere seit dreieinhalb Jahren, meine Lieblingsrichtungen sind Neo-Traditioner, New School vor allem, Cartoon, Comic, Old School. Untertitelung des ZDF für funk, 2017